genau die holzfigur, was ist los man? horror puzzle game oder was ist das? hast du jetzt geschrieben? uff nvr, kackst du ja sofort, ja das ist brutal warte mal, ich kann ja abhauen, ne? hey, hier wird er nicht einräumen weiter boah, fuck ah, die ersten 10 tja, vorm guck, das ist so ne hellenhafte musik nee, bitte nein glaub ich hab mich erschrocken bin mir nicht sicher boah, man, ey, da hat sie mich fuck, jetzt hab ich mich erschrocken ey, sag mal ist der Verblöder einfach nur blöd das hätte auch ins Auge gehen können fahr dich mal raus ja besser boah, das ist ja richtig geil, die Endwaffe das ist ja richtig gut so ätliche marsch Bis zum nächsten Mal.